heute wollte ich nur mal kurz wieder mal einen kleinen live stream auf twitch ankündigen der wird bis ca. 1430 gehen oder sowas dann würde vermutlich noch einen geben indem ich dann die 100.000 macht in kassel gleich erreiche denke ich mal und zwar nämlich würde denke ich mal um 16 bis 17 uhr anfangen also dazwischen würde dann vermutlich bis 19 oder 20 uhr gehen würde mich sehr geil würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut um der kanal ist in der beschreibung ja dankeschön